MS Europa. Ihre schönste Yacht der Welt. Kommen Sie an Bord und entdecken Sie die faszinierendsten Orte dieser Erde. Hier spüren Sie, dass Sie bei uns vom ersten Moment an im Mittelpunkt stehen. Ihre Ankunft ein prickelnder Auftakt und der Beginn einer Reise, die in jedem Augenblick neue Horizonte öffnet. Ob in Ihrer eleganten Suite mit Meerblick oder in einer der beiden Grand Penthouse Suiten. Hier kommen Sie im Takt der Wellen zur Ruhe. Beginnen Sie den Tag tief entspannt. Ganz für sich. Das Rauschen des Meeres. Die Gedanken im Fluss. Das Frühstück danach ganz ungestört auf Ihrer eigenen Veranda. Ob zu Wasser oder zu Land. Außergewöhnliche Entdeckungen warten auf Sie. Auf Wunsch mit Ihrem persönlichen Reiseleiter. Ein individueller Service, der Sie überall an Bord begleitet. Das können Sie sehen, spüren und schmecken. Freuen Sie sich auf kulinarische Schätze aus der ganzen Welt. Und genießen Sie das Leben. Mit all seinen kostbaren Momenten. Denn wo kleine Details den großen Unterschied machen, verstehen Sie, warum es Hoheitsgewässer heißt. Zeit für bewegende Erlebnisse und exklusive Augenblicke. Wenn modernster Komfort und luxuriöse Kreuzfahrttradition zusammentreffen. Erleben Sie 5 Sterne Plus. Auf der Europa. Für Momente, die bleiben.